Liebe Freunde, ich bin wieder zurück von Italien. Ja, ich bin zurück jetzt von Italien gekommen. Wird heute um, ja, 8. 10.08 Uhr. Also, 19.50 Uhr. Ich muss jetzt sagen, es ist lustig gewesen. Ja, soll ich mal viel sagen. Ja, ich war noch mehr. Zweimal. Und dann, was habe ich noch? Ja, Rohwini noch gewesen. Das war auch mega schön gewesen. Vielleicht. Ja, später müssen wir noch ein Video machen, weil, ja, wenn mein Kombi tut, also wenn mein Kurs in das Einrichter kann, wird es nicht auf was gehen. Und ja, es ist eigentlich 10 Tage, es war eigentlich lustig gewesen. Ja. Ich weiss, vielleicht haben die Menschen nicht viel von meinen YouTube-Sideen geschaut, aber... Entschuldigung. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist schön gewesen, aber Italien ist nicht mein Ding. Ich bin schon lieber vollständig gekommen. Ja, hey, ich werde noch ein kleines Video in den Urladen nehmen. Nachher geht es noch schnell, wenn es gut geht. Das... von mehr. Mehr habe ich nicht gemacht. Und etwas um die 300 Fotos noch nicht gemacht. Ich weiss nicht, ob ich alle Fotos noch zeigen kann. Wenn es mehr werden, wird es vielleicht nicht ein zweiteiliger Film. Ja. Also, wir seht uns. Jedenfalls noch. Ähm... Morgen wird ja Dolma gehen. Also, vielleicht gehe ich auch nur mit dem Erd. Vielleicht gehe ich auch ihr. Vielleicht würde ich auch noch ein Video machen. Kleiner, kurz. Ich seh's ja dann. Aber, äh... Ja. Ciao. Ciao, Freunde.